Musik 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 Hier hinter mir zu sehen ist jetzt Carnaven Castle, eine der großen Burgen, die Sir Edward I. bei seinen Feldzügen in Wales gebaut und hinterlassen hat. Gestern war hier Food Festival, da habe ich keinen Parkplatz bekommen, wahnsinnig viel los. Heute ist ein Lauf zugunsten der Krebsforschung. Auch hier wieder jetzt der Parkplatz voll, ich war aber früh genug und heute kann ich hier rein. Musik 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 Wow, das ist eine riesige Burganlage, da werde ich jetzt ein bisschen Zeit brauchen, um das zu erkunden. Musik Das ist doch mal eine Burg oder auch Festung, die diesen Namen wirklich feststellt. Wenn man bedenkt, dass das, was man heute hier sehen kann, nur ein Bruchteil von dem ist, was ursprünglich als Festung hier gestanden hat, dann ist das ganz schön beeindruckend, beängstigend. Auf jeden Fall ein Sitz der Königen gerecht wird. Musik Musik Ich habe jetzt einen der drei höchsten Türme erklommen von Kernar von Castle und ich muss sagen, diese Burg ist wahnsinnig beeindruckend. Die wahrscheinlich größte Burg hier in der Umgebung, also wahrscheinlich die größte Burg von Wales. Im Hintergrund hört man ein bisschen Musik von einem Festival, das hier unten ist. Ich glaube, eine schottische Gruppe, aber die tragen Kilts. Ja, ich bin hier mittlerweile, glaube ich, seit fast zwei Stunden unterwegs und erkunde die Türme. Das ist ein bisschen wie ein Labyrinth, verzwickt und verwinkelt wie Lindeth Go Palace in Schottland. Ich glaube, ich habe noch nicht alles gesehen, aber ich werde jetzt ja mal gucken, dass ich die restlichen Türme noch erwische. Es ist wahnsinnig beeindruckend und für mich definitiv ein Must-See, wenn man hierher kommt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ob die Old Time Sailors wirklich aus Schottland kommen, kann ich nicht sicher sagen. Aber eins weiß ich auf jeden Fall. Die Show der Old Time Sailors hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und solltest du jemals die Möglichkeit haben, die live zu sehen, dann tu es. Noch nie habe ich eine derart perfekte Show in einer solch passenden Umgebung gesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hching Tekstens encontrar undault Brook, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Import einen H energischитット! Musik Ich bin gerade angekommen an dem Bahnhof, in dem Ort mit dem längsten Ortsnamen Europas. Liebe Walisa, ich habe gesagt, ich bemühe mich, die Ortsnamen korrekt auszusprechen, so gut es geht. Aber das hier geht zu weit. Aber ich probiere es trotzdem. Okay, fangen wir an. Das ist ganz schön anstrengend. Ja, liebe Menschen, die des Walisischen mächtig sind, ihr könnt mich jetzt gerne korrigieren oder mir ein Sternchen geben für diese Leistung. Ja, für mich die Frage natürlich, gibt es hier was zu erleben? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gar nichts. Also hier gibt es den Bahnhof mit dem langen Namen, hier gibt es ein paar Geschäfte drumherum, das sieht alles geschlossen aus. Hier ist so etwas wie eine Shopping Mall mit einem Souvenirshop und mehr gibt es nicht. Im Grunde war dieser lange Ortsname nichts anderes als ein Publicity-Akt eines Bürgermeisters im 19. Jahrhundert, der ein bisschen enttäuscht war, weil alle Touristen an diesem Ort vorbeigefahren sind, um auf die Insel Engelsis zu fahren und hier keinen Stopp gemacht haben. Also hat er diesen ewig langen Ortsnamen gegeben und hatte Erfolg damit. Plötzlich halten die Leute hier, machen ein Foto. Allerdings ist das touristische Angebot drumherum wirklich schwach. Freundlicherweise steht hier die Übersetzung gleich oben drüber. The Church of the Hollow of the White Hazel near the Fierce Whirlpool and the Church of Tisilio by the Red Cave. Und damit es keine Verständnisprobleme gibt, übersetze ich das jetzt schnell, muss ich aber ablesen. Marienkirche in einer Mulde, weißer Haseln in der Nähe des schnellen Wirbels und der Tisilio-Kirche bei der Roten Höhle. Ja, schöner Name. Ob du auch hier vorbeifährst, musst du natürlich selbst wissen, aber viel mehr als den Namen gibt es hier nicht zu sehen. Zum Abschluss des Tages habe ich mich entschieden, nochmal schnell zu einem Leuchtturm, einem Lighthouse zu fahren, ganz im Norden von Ost-Anglasee. Da mache ich heute Abend meine Station, meine neue Unterkunft ist dort. Und ich habe mir hier einen schönen Spot gesucht mit dem Lighthouse im Hintergrund, das so ein bisschen wie aus dem Wasserrag. Bei Flut ist es wohl wirklich tatsächlich unter Wasser. Mein Problem jetzt ist tatsächlich, der Dunst am Horizont ist so hoch, dass obwohl hier eigentlich ein spektakulärer Himmel wäre, das Licht von der Sonne wahrscheinlich zu wenig durchkommt, um hier am Ende die Farben zu sehen. Obwohl jetzt, es blitzt immer mal wieder so durch, ich habe da so Farben in den Wolken drin. Vielleicht ist es auch so, dass man das auf dem Foto hinterher nochmal gut rausholen kann. Mit bloßem Auge sieht es leider, trotz der guten spektakulären Wolkenformationen, leider nicht ganz so spektakulär aus. Aber da muss man mal gucken, wenn man hinterher in der Bearbeitung ist. Ich bin eigentlich sehr, sehr früh hier, also fast eine Stunde vor dem Sonnenuntergang. Aber dadurch, dass der Dunst so hochgezogen ist, wird das mit Sonnenuntergang eben einfach nichts. Das ist sehr schade. Der Grund, warum ich trotzdem noch hier verharre, ist der, dass dort hinten immer wieder mal so der Himmel ein kleines bisschen aufbricht und die Sonne ein kleines bisschen durchguckt. Das sorgt dafür, dass es so leicht pastellige Farben gibt. Und das kann natürlich hinterher dann doch ziemlich schön aussehen, auch wenn es diese krass orangenen Leuchtfarben nicht gibt. Das muss aber nicht heißen, dass das hinterher ein schlechtes Bild ist. Deswegen probiere ich es hier trotzdem. Und außerdem möchte ich gerne Zeit überbrücken, denn der Himmel über mir, der ist zwar nicht offen, aber nicht ganz bewölkt. Und heute Nacht sollen die Chancen auf Polarlichter wieder sehr, sehr groß sein. Deswegen werde ich wahrscheinlich hier verharren, bis es richtig dunkel ist. Also ich muss mich jetzt mal bitterböse beschweren. Nicht nur, dass es heute, seitdem ich das erste Mal hier in Wales bin, das mindestens zwei Minuten lang geregnet hat. Jetzt zieht es auch noch im Nacken beim Sonnenuntergang. Es kühlt ein bisschen ab heute Abend. Ja, das ist ja total dramatisch. Letztlich habe ich mich dann doch entschieden, nicht zu warten. Denn die Chancen auf Polarlichter und einen freien Himmel wurden immer schlechter. Das ist ja total Ratten. Die Chancen auf Polarlichter und einen freien Himmel kam. Das ist ja total Leis das Geld in der Welt. Jebucks Quann 6-Joh-Joh-Joh-Joh. Die Chancen auf Polarlichter und einen freien Hersteller ist ein gutes Reden. Der wurde der Wann. Der Wann. Der Wann. Der Wann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem Bau dieser Burg wollte Edward seine Herrschaft über Wales einzementieren, festigen. Doch dazu kam es nie, bevor die Burg zu Ende gebaut wurde, war seine Herrschaft beendet. Musik 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 Ich bin hier gerade am Pier von Bomaris und hier hinter mir die Kids, die fangen hier Krabben und das sehr erfolgreich. Musik 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 Das Grabenfangen ist hier wohl etwas, was nicht nur die Kids von den Einheimischen machen, sondern tatsächlich eine Art Touristenattraktion. Hier vorne am Pierhaus, da kann man sich die Netze und Köder kaufen, als Köder üblicherweise Bacon, Leber, Ochsenherz, solche Geschichten. Und da fahren die Krabben drauf ab, krabbeln in die Netze und dann sind sie natürlich gefangen. Musik 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 Für einen kleinen Zwischenstopp habe ich mich jetzt auf das GARF-Pier begeben. Das ist direkt gegenüber von dem Hotel, wo ich wohne. Deswegen ist mir das aufgefallen. Hier muss man 50 Pents Eintritt zahlen, um das Pier zu betreten. Dann gibt es hier an der Seite so kleine Shops, aber ich glaube, hier ist auch eben keine Saison jetzt. Das wird später starten. Hier kann man einfach entlang gehen und dann praktisch in der Mitte dieser Seezunge, Meerzunge bzw. dem Meer zwischen der Insel Anglersee und dem Festland ziemlich genau in der Mitte dann einen Kaffee trinken, vielleicht auch eine Waffel essen, das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich bin jetzt fast am Ende des Piers angekommen. Das Schöne ist, hier ist wirklich das Café, relativ in der Mitte. 450 Meter in die Richtung Pier, 450 Meter Meer in die Richtung bis zum Gazelle Hotel. Genau in der Mitte ist dann dieses Café. Garf Pier, ein netter Zwischenstopp für einen Kaffee und ein Stückchen Millionaire's Short Pride, ich liebe das. Ja, hier ist momentan relativ ruhig, vielleicht auch wegen des dramatisch schlechten Wetters, weswegen mir auch nur eine Indoor-Aktivität als nächstes bleibt. Aber hier gibt es wohl auch Festivals auf dem Pier. Am Karaoke, Open Mic Stand da, dienstags und donnerstags ein bisschen mehr. Und am 19. Mai, also an meinem Abreisetag, ist hier wohl das große Pier Festival. Ist doch noch ungemütlich geworden draußen, habe ich jetzt die Klappe zu weit aufgerissen? Ich mache die Ansage kurz hier draußen, ich bin jetzt beim National Slate Museum, also das Nationale Schiefermuseum. Hier in der Gegend, wo ich jetzt gerade bin, rund um Glamberis, da war früher so das größte Schieferabbaugebiet der Welt. Und das ist schon mal sehr beeindruckend. Hier wurde auch ein berühmter Film gedreht, Willow in den 90er, nein, in den 80er Jahren, glaube ich, aus den Lukas Studios, George Lukas. Und hier werde ich jetzt gleich das National Slate Museum betreten, denn bei dem Wetter ist draußen ziemlich ungemütlich. Und hier werde ich jetzt noch ein bisschen mehr. In dem National Slate Museum ist das im Prinzip ausgestellt, was man erwartet. Alte Geräte, alte Öfen, Maschinen und man kann so ein bisschen nachvollziehen, wie hier auch das Leben war in einer Kantine, die ein bisschen aufgebaut wurde. Ja, achso, Eintritt ist kostenlos. Bis jetzt haut es mich noch nicht um, aber warten wir mal ab, was da noch kommt. Mit zu der Ausstellung im Schiefermuseum gehört hier eine Reihe von Häusern, die damals gebaut wurden für die Steinbrucharbeiter. Klein, würde man sagen, gemütlich. Auf jeden Fall nicht viel Platz, nicht vergleichbar mit heute. Etwa 3000 Männer haben damals hier in dem Schiefersteinbruch gearbeitet. Die brauchten natürlich Wohnraum und das hier sieht nach 60er Jahre aus, vielleicht maximal 70er und der Schiefer von hier wurde in die ganze Welt verschifft. Das heißt, wenn du irgendwo mal auf einer Schieferplatte stehst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das hierher kommt aus Wales. Ich befinde mich jetzt in einem der letzten Räume des National Slate Museum. Ich habe hier gar nicht so viel Zeit verbracht, bis ich alles gesehen hatte. Draußen ist natürlich das Wetter auch immer noch schlecht, hoffentlich ausnahmsweise. Ich hatte ja so viele Tage gutes Wetter. Diese Station kann man machen, kostet nicht viel für den Parkplatz, keinen Eintritt und dafür kann man ein bisschen Zeit hier verbringen und sich informieren. Es ist ein Stück Geschichte, aber für mich bei einer kürzeren Tour wäre das kein Must-See und kein Must-Do. Die Bus30 ist ein Stück Geschichte, aber für mich bei einer weiteren Kürzeren da ist ja nicht gut, dass das Einzige Begriffe ist passiert. Wenn du einfach mal ein paar Untertitel- und nicht zu sehen, wie du immer mal was. Du selbst und per especiallyiner Partner mit dem Vor Disney-Güwen waren bei einer Kürzeren-St attorney, der Duarte war, im Schuss Abonniert zu haben. Die Kürzeren-St attorney hat eine Kürzeren-St attorney. Ich hatte die Kürzeren-Statt für die Kürzeren-Statti-Schweine undatzen für die Kürzeren-Statt für die Kürzeren. Ich habe jetzt gerade noch mal versucht, ein bisschen Zeit vor dem Sonnenuntergang zu nutzen und bin noch mal gefahren zur alten Kupfermine, richtig ausgesprochen, hoffe ich. Minif Paris oder so ähnlich, weil dieser bitte korrigieren. Was hier auffällt, sind diese verschiedenen farbigen Erden, die du im Hintergrund siehst. Und ich hatte erst gar nicht so viel Hoffnung, was das hier angeht, aber es ist doch irgendwie spektakulär und ich finde es sehr, sehr interessant. Hier gibt es ein paar Rundwege oder einen großen Rundweg, den man folgen soll. Auf jeden Fall gibt es mehrere Wege, die man hier laufen kann. Und ich werde jetzt hier auf jeden Fall mich ein bisschen aufhalten. Da oben gibt es so einen Turm, den erkundige ich gleich. Und vor allem lasse ich jetzt mal die Drohne starten. Und ich werde jetzt mal die Drohne starten. Es ist jetzt etwa eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang und ich habe hier in dieser alten Kupfermine diesen Turm da gefunden. Der sieht schon relativ alt aus und da gehe ich doch jetzt mal reingucken. Der ist jetzt mal verrollen. Der ist jetzt mal ganz schnell. Der ist jetzt hier mal her. Woohoo!